Hallo Leute, draußen ist der Einzimmerwanderer. Ich möchte euch heute was ganz spezielles mitbringen hier. Und zwar möchte ich über eine schwedische Tradition reden, die ich selber noch nicht kannte, die ich schön finde. Und ja, was ist das da im Hintergrund hinter mir? Ja, ich weiß, das sind Vögel. Hat mir letztens auch schon gesagt. Ja, aber es sind mehr als Vögel. Es sind Kraniche. Irgendwer hat mir letztens gesagt, so sehe ich aus, wenn ich morgens aufgestanden bin, also mit dem Kopfpuschel da und so. Aber wunderschöne Tiere finde ich die Kraniche. So, warum ist das wichtig? Weil es hier um den 25. März herum etwas gibt. Und zwar nur wohl in Smorland, also im Südschweden. Das nennt sich Trandagen, würde ich sagen. Ja, also Dagen ist der Tag, Trandagen der Kranichtag. Wobei, wo Kranich weiblich ist, im Schwedischen, wie dem auch sei. Es gibt diesen Kranichtag. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Die Kraniche kommen um die Zeit zurück, gehen an denen, mal selber gucken, wie es heißt, lassen sich mit, glaube ich, 20.000 Tieren auch an einem speziellen See, dem Hornborgas, Borga Sjön. Sjön ist der See, soweit ich weiß. So weit bin ich mit Schwedisch jetzt schon gekommen. Lassen sich da nieder, bevor sie dann weiterfliegen, kommen also über die Ostsee gezogen, sozusagen. Das heißt, da kommen die Vögel wieder und das ist ein Zeichen dafür, dass eben der Frühling und der Sommer kommt und eben der Winter schwindet. Und deshalb ist dieser Kranich quasi ein Lichtbringer oder ein Frühlingsbringer. Und das wird hier eben speziell gefeiert. So wie ich die Tradition, das hier kennengelernt habe, ist es wie folgt. Die Kinder müssen eigentlich ein Bild malen und ein Fenster stellen am Abend zuvor. Und wenn die artig waren, dann bringt der Kranich sozusagen etwas, dann bringt der Geschenke Süßigkeiten. Und für die Süßigkeiten haben die Kinder Socken, die sie vorbereiten. Also die hängen die Socken dann wohl auf und wenn die artig waren, dann sind eben Süßigkeiten in den Socken drin, sozusagen, die der Lichtbringer, der Kranich, denen mitgebracht hat. Wenn sie nicht so artig waren, dann halt nicht. Und so wie ich es hier kennengelernt habe, wo ich bin, du musst einmal an dem Tag oder an dem Freitag oder an dem Samstag, also es geht von Freitag auf Samstag. Jetzt in dem Fall jedenfalls dieses Jahr. Und du musst wohl, ich weiß nicht genau wie, jetzt einen Tag theoretisch, ob es den Freitag oder Samstag ist, weiß ich. Ich habe es heute Morgen gemacht. Mit nackten Füßen einmal um dein Haus gehen, sozusagen. Ja, natürlich ist das eine Smalllander-Geschichte. Das machst du nicht, wenn du in, wie heißt das, Gellivere da oben bist, da wo die Ostsee schon vorbei ist. Ich glaube, die haben immer noch Minusgrade und Schnee da. Ich glaube, da machst du es nicht unbedingt. Es sei denn, du bist hart gesotten. Aber hier in Smallland kannst du das halt machen. Ich war übrigens heute Video machen. Uh, ich habe ganz schön kalte Füße gehabt, muss ich sagen. Aber es geht, ja. Wir haben jetzt keinen Minusgrade mehr und auch keinen Schnee mehr. Und ich bin also fleißig um das Haus gepilgert. Hatte auch was im Strumpf, fand ich gut. Und ist eine, finde ich, superschöne Tradition. An diesem, Mann, wie hieß es nochmal? Hornborksjön? Ne, Hornborksjön. Ich muss nochmal gucken, wie es hieß. Lass mich kurz gucken. Habe ich es gerade nicht mehr. Äh, an dem, ich guck's gerade. Hornborksjön. Ja. Da ist das eben so, dass diese Kraniche da ganz viele sind. Man die auch toll beobachten kann. Also einfach ein schönes Naturschauspiel sozusagen. Und, ähm, ja. Erst Mitte August, wenn die Jungvögel halt kräftig genug sind, dann ziehen die Kraniche zurück nach Süden sozusagen und werden dann wieder am Hornborker See eine Pause einlegen. Also sie kommen dann von, ne, weiter Norden wieder runter sozusagen. Das heißt, diese Hornborker See ist eine Zwischenstation. Jetzt kommen sie dahin, fliegen dann weiter. Später kommen sie wieder zurück sozusagen und fliegen dann wieder von da aus weiter. Also quasi so eine Art Transitpunkt für die Kraniche. Kraniche sind natürlich auch schöne Tiere, sehen toll aus. Und ist halt, ja, wer Natur mag, natürlich eine wunderschöne Geschichte sozusagen. Und, ähm, ja. Wie gesagt, das läuft hier unter der Tradition Trandagen. Oder Trandagen. So firm bin ich bei der, bei der Sprache noch nicht mit der Betonung. Aber ich arbeite dran. Und es gibt halt auch einen alten Spruch, äh, ich lese ihn mal vor. Trananberiusiseng. Ich hoffe, ich habe das richtig gesprochen. Die Kranichdame oder der einzelne Kranich sozusagen trägt das Licht ins Bett sozusagen, ja. Weil man eben abends, wenn man ins Bett geht, dann noch die Helligkeit hat. Und wenn die, die Wintertage sind, die Tage sind kurz, ja, dann wird es ja schon früh dunkel. Und jetzt ist es eben länger hell. Und das sehen halt auch die Kinder, ne, sozusagen. Und das ist eben, ja, äh, eine Smalllander Geschichte sozusagen hier. Also da, wo ich jetzt sitze in Südschweden. Das macht natürlich, äh, in Nordschweden keinen Sinn, weil, äh, da kommt kein Kranich vorbei, geflogen jetzt am 25. Und da gehst du auch nicht raus mit nackten Füßen, weil das ein bisschen kalt wäre, ne. Also, ähm, eine superschöne Geschichte sozusagen. Ja, und ich dachte, ich bringe euch das mal mit sozusagen. Ich finde es spannend, sowas. Ich mag alte Traditionen und, ähm, finde es wunderschön. Und ich dachte, ich lasse euch mal an sowas teilhaben, weil ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass es so eine Tradition gibt. Und wenn ich jetzt mit meinen mythologischen Kenntnissen rangehe, ähm, dann würde es mich nicht wundern, wenn da noch tiefere mythologische Wurzeln hinterstecken. Also, der Lichtbringer sozusagen, ne. Der Kranich als Lichtbringer, das ist ja ein ganz, ganz starkes Symbol. Das Licht ist ja auch in unserer, ähm, sag ich mal, nord- und mitteleuropäischen Kultur super wichtig, weil wir eben von diesen Jahreszeiten-Rhythmen und diesem Licht so wahnsinnig abhängig sind. Der Sonnenkult, ähm, oder der Mondkult bei uns sozusagen, ist eben eine andere als meinetwegen in Afrika. Weil in Afrika scheint die Sonne halt immer, ja. Das heißt, diese Bedeutung ist nicht derart stark, wie es bei uns ist sozusagen, ja. Das heißt, das hat für uns hier gerade in den nördlichen Breitengrad eben eine besondere Bedeutung. Auch dieses Kerzenlicht und das Licht kehrt zurück, ne. Und, äh, Santa Lucia, was ich euch da erzählt hatte schon mal. Also, ähm, das hat einfach eine ganz starke kulturelle Verwurzelung hier. Und, äh, dieses Kranichbild als Lichtbringer und Frühlingsbringer, äh, das gehört eben dazu. Und dass irgendein Vogel vorbeikommt und was bringen, kennen wir, ne. Wir haben diese Storchgeschichte sozusagen mit den Babys, ähm, und hier haben wir halt ein Kranich. Schöne Tiere, sag ich mal. Cooles Bild hinter mir, finde ich. Fand ich echt cool, als ich das gesehen habe. Und ich wette mit euch, das hat sicherlich auch in der Hinsicht noch tiefere Wurzeln, ähm, dass das irgendwie auch in alte Religionen wurzelt. Also, wir haben das ganz häufig, wie auch im Keltischen zum Beispiel, ja, dass du Sonnentiere hast, ja. Zum Beispiel der Hirsch denkt an den, ähm, denkt an Jägermeister, ja. Der Jägermeister, wenn ihr, also das Getränk, wenn ihr da guckt, dann hat der eine Sonnenscheibe über dem Geweih, ne. Mit so einem Kreuzturm, ja. Das ist, weil, weil der, äh, im Keltischen ist das ein Lichtbringer, ein Lichtbringertier. Und ich gehe mal davon aus, wenn man hier Wurzeln, Wurzeln ausgraben will, sozusagen, oder ein bisschen tiefer gräbt, mich würde es nicht wundern, wenn wir hier eine ähnliche Verbindung haben, wenn vielleicht der Kranich auf irgendeiner alten Gottheit, ähm, sag ich mal, zugeordnet wird. Ich halte es für möglich, das sind eben ganz starke Symboliken, die für die Menschen hier wahnsinnig wichtig sind, ähm, weil wir eben sehr an diesem, diesem Sonnenlaufen, diesen, diesen dunklen Zeiten hängen, sozusagen. Und hier in Schweden, aber auch eigentlich in Deutschland ist auch Licht so wichtig, dass wir überall Kerzen anzünden und so. Das ist ja für uns super wichtig, weil es eben dunkel ist, dass wir uns Grün ins Haus holen und so. Ich hatte mal einen Spanischdozenten und, äh, der hat halt gesagt, ja, hier im Norden, ihr vergöttert das Licht, hat er gesagt. Also nicht negativ gemeint, sondern das war einfach so eine Beobachtung, ihr vergöttert das Licht hier, ja. Weil wir halt überall Kerzen aufstellen, ähm, und das für uns einfach hier in den Regionen einfach wichtig ist und diese Abhängigkeit eben auch vom Jahreszeitenlauf. Und das sieht man, ne, der Frühling kehrt zurück. Wir haben dann auch die, 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 äh, Osterfeuer oder, oder Johannesfeuer, je nachdem, wo du in der Region bist, in Deutschland und so. Und, ähm, ha, gerade fliegt was an mir vorbei. Aber ich glaube, das ist in dem Fall mal eine Gans, aber egal. Ähm, also das ist jedenfalls stark in uns verwurzelt und ich werde die Tradition für euch weiter begleiten und weiter graben, was es hier noch so gibt. Und damit entlasse ich euch, ja, schönen Trandagen, sozusagen, oder Trandagen, Kranichtag, ja. Freut euch über die Rücke des Frühlings. Ich freue mich über Feedback, wenn ihr mir was in den Kommentarbereich schreibt und ich hoffe, ihr freut euch, wenn ich euch mal ein bisschen was über Kultur und Regionales mitgebe. Das war's von mir und wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.